Ja, ihr Lieben, wir wollen dann mit dem nächsten Vortrag weitermachen und wir haben den gemeinsam erarbeitet. Deswegen steht mein lieber Bruder Michael Schulz hier vorne mit und wird sich jetzt auch noch kurz vorstellen. Ja, liebe Schwestern, soll ich heute um 100 Jahre Apostelamt in Frankfurt oder gehen. Ich selbst, mein Name wurde schon genannt, bin Ältester hier im Apostelamt und ich bin 72 Jahre, also nicht ganz wie 100, aber ich bin auch tätig seit über zehn Jahren im Archiv zusammen mit meinem lieben Bruder Eberhard Trosch, von dem ich herzliche Grüße noch mal bestellen will. Also ich bin hier groß geworden in diesem Raum, in der Gemeinde Sieb des Apostelamtes in Frankfurt-Roder. Also ich habe sehr feste Verbindung mit den 100 Jahren, aber jetzt will ich mich nicht weiter mit der Vorderung aufhalten, übergebe und wer denn bei Gelegenheit? Also er ist auf jeden Fall mein Publikumsjoker für Fragen, die Archiv betreffen. Denn ich bin nicht Archivar, ich bin als Evangelist in einer Verkündigung, in einer Predigt und wir sind beide in der ökumenischen Arbeit sehr aktiv. Der liebe Älteste in der HCK und im ÖHBB, also in dem ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg. Und ich bin an der Stelle nur Vertreter, aber hierfür Frankfurt im ökumenischen Rat der Stadt Frankfurt-Roder tätig. Und unser lieber Apostel hatte uns vor kurzem mal als Außenministerium bezeichnet. Also die Kontakte, die eben auch über die Grenzen der Gemeinde gehen. Damit sind wir auch befasst. Das Thema heute ist gar nicht so einfach. Also einmal schon zeitlich, weil wir 100 Jahre in 70 Minuten versuchen müssen zu packen. Aber zum anderen sind wir schon bei der Überschrift ins Gespräch geraten. Wie viele Jahre sind denn das nun eigentlich? Und deswegen stehen hier eigentlich zwei Angaben. Einmal 121 Jahre Apostelamt. Für die Mathematiker unter uns bezieht sich das dann auf 1902, weil wir schon in unserer Wahrnehmung von daher kommen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, okay, 1923, da gab es ja eine Spaltung. Und von da an bis heute 100 Jahre Apostelamt. Ich nenne es jetzt einfach mal Jesu Christi, weil es heute so heißt. Und von daher die beiden Jahreszahlen. Und natürlich, wir können das ganz einfach machen, den Zusatz in Frankfurt-Roder, weil nämlich das dann auf jeden Fall passt, weil 1923 auch die ersten Gemeinden hier nachgewiesen sind. Wie sieht der Inhalt aus, den wir euch heute vorstellen wollen? Auch das war schwierig zu erfassen, in welchen Zeitepochen man hier denken möchte. Und dann war doch irgendwie das Einfachste, wenn wir uns an den jeweiligen Aposteln, an den jeweiligen Leitern der Kirche entlanghangeln. Und da entstehen ganz unterschiedlich lange Zeiträume. Wir fangen also an mit Apostel Simeon von 23 bis 33, haben dann einen unwahrscheinlich großen Zeitabschnitt mit Apostel Naftali, der ja dann später Apostel Jesu Christi hieß. Dann den kürzesten Zeitraum mit Apostel Andreas. Apostel Philippus folgt darauf, Apostel Schulz. Dann Apostel Rode. Und da verrate ich jetzt schon ein Geheimnis. Apostel Philippus und Apostel Rode sind die gleiche Person. Warum das anders bezeichnet ist, da kommen wir im Verlauf des Vortrags dazu. Und dann ändert sich 2009 etwas. Da werden nämlich jeweils die Leiter der Apostelkonferenz, die verantwortlichen Leiter für das Apostelamt, jeweils im Dreijahreszeitraum. Da erfahren wir zu diesem Zeitraum dann auch noch etwas mehr. Und als ich so 1923 anfangen wollte oder wir anfangen wollten, ist uns aufgefallen, eigentlich müssen wir ein Stückchen vorher anfangen, nämlich am 20. Februar 1921. Das war nämlich der Tag, als Hermann Krüger vom Apostel Judah zum Apostel im Stamm Simeon eingesetzt wurde, der also seine Berufung als Apostel erhalten hat. Und es handelte sich dabei um den Auftrag, eigentlich einen neuen Stamm aufzubauen. Und an seine Seite wurden Ernst Krüger gestellt, was sein Sohn ist, Willi Trubach und Albert Trubach Senior als Charakteramt sozusagen, als Stammprophet, Stammevangelist und Stammhirte. Später wird dann Albert Trubach Junior 28, 29, dann als Stammprophet tätig sein. Und jetzt versuchen wir mal, so einen Überblick hinzubekommen über diese erste Epoche. Wir hatten ja schon kurz in den vorherigen Vorträgen davon gehört, dass eben Apostel Judah den Adolf Schach anstelle von Hermann Krüger mit seiner Nachfolge betraut hat. Anstelle von leitet man wahrscheinlich davon ab, dass er ja Apostel war und auch älter war. Auf jeden Fall kommt es eben zu dieser Berufung, wobei ich dann in der Vorbereitung auch auf den Vortrag mindestens in einer Quelle gelesen habe, dass auf dem Sterbebett der Julius Fischer dann doch irgendwie zum Apostel Simeon gesagt hat, führe es weiter. Das ist aber nur eine Quelle gewesen. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, wo ich es gelesen habe. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass dieser Weg von Hermann Krüger nicht mitgegangen wird, also vom Apostel Simeon es zu einer Spaltung kommt, zu einer Abspaltung und die Gemeinschaft Apostel am Simeon in Judah zunächst genannt wird und dann ab 1932 Apostel am Simeon in Jakobsgeschlecht. Und das Datum hatten wir vorhin auch schon gehört, dass Julius Fischer am 2. März 1923 dann verstirbt. Sie wollen nochmal eine kurze Zwischenfrage, weil mir das nicht klar ist und für viele andere auch nicht. Gab es zwölf Apostel, älter, also Apostel Simeon und dann noch elf andere oder nur Judah und Simeon? Und wie viele gehabt haben Sie überhaupt? Wie viele sind dann quasi mit Krüger gegangen oder wie hat sich das aufgespalten? Eins zu eins, Judah und Simeon? Oder fünf da und einer da? Oder? Also diese Apostel, älter, diese Zuordnung, das versteht. Ja, also es gibt eine Aussage, das kam ja auch vom Vortagenden, es sind 24 Apostel waren, könnte ich aber nicht jetzt genau die Anzahl der Namen da belegen. Auf alle Fälle waren neben Apostel Simeon auch weitere Apostel, die nach dem Tode existieren. Und der Apostel Simeon hat aber auch eigentlich gedacht, dass er der Nachfolger wird. Also das ist aus gelten Nachfolgen. Aber er, sein Stamm, war dann der Einzige der? Aber er hat es nur mit seinem Stamm praktisch den Weg weitergegangen und hat daraus seinen Weg weitergegangen. Also wie viele Gemeinden waren das denn? Das kommt noch, das kommt noch. Also jetzt vielleicht noch, das sind ja alles sehr poetische Titel. Wie müssen Sie jetzt mal erklären, wie kommt man auf Simeon, das muss man nochmal erklären. Apostel Simeon oder auch unten, in Jakobs Geschlecht. Was sind das, was meint das? Was ist Jakobs Geschlecht? Die Stäppe sind nach den, ähm, was ist das? Die Zwölf Jünger Christi und die Zwölf Jünger Jakobs. Ja, also die beiden. Genau, das gibt zusammen 24. Und das ist dann die Linie Jakob, ja? Das ist der, 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 oder wie? Simeon ist einer der Jünger Jakobs. Ja. Das ist Söhne, aber T, die Jünger. Ah ja. Also unterscheiden sich, ich meine, einmal A, T, die Urväter, die Patriarchen und dann die Apostel. Das sind die 24 Ältersten aus der Offenbarung, oder? Und das ist doch das Schema, das dann gesteckt. Ja, aber wie ist das denn? Warum gibt es diese Unterscheidung zwischen Jakobs Geschlecht und wie ist das dann bei den anderen? Dazu nochmal eine Frage, wenn ich das jetzt richtig anstanden habe, das Apostel am Suda war dann der Apostel Schaub. Richtig. Und Apostel Simeon hat jetzt sozusagen ein eigenes, war aber Simeon in Juder, das klingt ja so irgendwo noch, gehört noch mit dazu, weil der Jünger ist ja ein Schaub. Und hat sich dann geändert in Jakobs Geschlecht, hat sich das auch nicht geändert? Die Zeitfolge, der, ja, also der Apostel Simeon war ja schon 1921 Apostel und hatte den Auftrag, einen neuen Stamm aufzubauen. Das hat er auch gemacht, der hieß nun Simeon. Und Juder, der hängt an Juder betrachtet. Und Juder ist der Hauptstamm. Nein, vielleicht ganz mal kurz zur Erklärung, Juder selber ist kein Stamm. Nein, Juder war nur getragen durch Fischer. Ach, okay. Er war für alle zuständig. Er war für alle zuständig, sozusagen das Dach, unter dem dann die ganz anderen Apostel alle ihre Aufgaben waren. Also wir kommen dazu sehr ins Einzelne. Im Prinzip geht es ja auf die kartonisch-apostolische Kirche und auf die Apostel der Neuzeit zurück. Die haben ja die ganze Welt als ihr Missionsgebiet. Die wollten ja keine neue Kirche schaffen, die wollten nur die urchristliche Lehre wiederherstellen. Und haben jeder Apostel, von denen waren ja auch mal zwölfe, hat einen Stamm gekriegt, geografisch rumgeteilt. Und da sollte er wirksam sein. Und diese Aufteilung in Stämmel für, wie setzt sich hier vor. Und ja gut, der Apostel sollte den Stamm Simeon aufbauen. Dann hat er in Jakobs geschlecht, um sich abzugrenzen, dass keine Irrtümer entstehen. Und er hat sich zuerst inhaltlich getrennt. Und irgendwann hat er dann faktisch auch letzten Endes sich organisatorisch abgekoppelt vom Apostel Amt Judah. Diese Benennung von Stämmer hat aber ihr Vorbild in der absoluten Gemeinde vor Krebs. Dort, wo er den Stämmer aufgeteilt war, heute zählisch. Ich fielte aber immer auf die alttestamentarischen Schrecklingsreise an. Ich glaube, Judah war zur Zeit von 1902 noch nicht dagegen, da bin ich mir ganz sicher. Krebs war bei nicht dieser schon. Jedenfalls dockt das daran, dass vor 1902 die Welt ist von die Welt aufgeteilt. Dann noch ein paar Gedanken zum Wirken des Apostels Simeon. Ganz markant ist eigentlich an dieser Stelle, dass die heilige Wassertaufe eben wieder eingeführt wird und dass die heilige Schrift wieder Mittelpunkt der Verkündigung ist. Dass sie also wieder Grundlage der Predigt ist und letztendlich auch der Gedanke der Gütergemeinschaft, der probiert wurde, sage ich jetzt mal, wieder verworfen wird und nicht weiter verfolgt wird. Letztendlich gibt dann Hermann Krüger krankheitsbedingt schon die Aufgaben ab. Das ist schon 1932 an den Stammpropheten Albert Trubach und setzt ihn auch zu seinem Nachfolger ein. Das bedeutet, dass quasi vom Charakter Prophet zum Charakter Apostel, ich sage mal, gemäßelt wurde. Wie weit ist das? Nein. Es sind zwei verschiedene Amtsberufungen. Er gibt bloß schon die Arbeit sozusagen an den Propheten ab und sagt, dass er sein Nachfolger werden soll. Es gab ja keinen anderen Apostel. Aber man kann also die Ämter, die Charaktere wechseln sozusagen. Durch Amtsberufungen kann man, ja, genau, genau. Im Apostel, das heißt, dass der Apostel ist alt und passend, er hat alle drei Charaktere, sowohl der Evangelist, Prophet, als auch der Evangelist verandert. Okay, dann hat er das nehmen, ne? Also in dem Fall ist es so, dass dann die Berufung zum Apostel erfolgt. Also die Frage nach der Ausbreitung zu dem Zeitpunkt, wir haben also 1932 eine Ausbreitung von 21 Gemeinden und 1800 Geschwistern etwa. Die beiden ältesten Bezirke wurden auch schon ganz kurz im vorigen Vortrag angesprochen, Berlin und Frankfurt-Oder. In Frankfurt-Oder hatten wir da drei Gemeinden. Dazu im Umfeld hier Schönfries und Liebe Rose, Klettwitz, Müllrose. Und dann kommen noch vier Gemeinden aus dem heutigen Hohlen mit dazu. Grünberg, Sohau, Sagan und Neusalz. Und Hermann? Dann kann die Hälfte Frankfurt oder die andere Hälfte Berlin sagen. 21, die ältesten Abziehler sind übrig für Berlin. Ja, aber die Mitglieder zahlen jetzt nicht genau. Ja, also die Mitglieder werden sich nicht halbiert haben, aber die Gemeinden anzahlen, das kommt schon hin. Gleichlich. Genau. Vorbei von den Orten her kann man sagen, Liebe Rose, Klettwitz und Müllrose sind eigentlich im südlichen Warnburg angelegt und Schönfries bei Berlin. Schönfries, nee, das ist ein paar Eisenhüttenstädter. Bei Eisenhüttenstädter, das ist ein paar Eisenhüttenstädter. Ach so, das ist auch bei Berlin. Ja, das ist das Eisenhüttenstädter. Schönfries. Ah, da wird unser Eisenhüttenstädter in Schleswig-Hüttenstädter produziert. Dann haben wir am 20. Februar 1933 die Apostelberufung, also genau die Frage, die gestellt wurde. Albert Trubach wird durch Weissagung in das Amt des Apostels gesetzt und erhält den Namen Naftali. Naftali ist das bei einem Großgottesdienst in Berlin und auch der Apostel Naftali ist alleiniger Apostel und wird eben auch als Stammapostel in Simeon bezeichnet. Auch zu seinem Wirken, das ist natürlich jetzt ein sehr langer Zeitraum, ganz markant ist, dass er gleich am Folgetag, glaube ich, oder sogar am 20. Februar direkt, also es wurde, glaube ich, am nächsten Tag verteilt, das erste Mitteilungsblatt herausgegeben hat. Das Mitteilungsblatt ist heute noch unsere Kirchenzeitschrift, wo also sowohl die Apostel oder Amtsträger sich äußern zu bestimmten Themen, wo aber auch Geschwister Erlebnisse und Berichte niederschreiben können, sozusagen als eine Zeitschrift für die Geschwister. Und das war das allererste Mitteilungsblatt und mir hat eigentlich gefallen, dass der Apostel da gleich geschrieben hat, wozu das dienen soll, nämlich als Richtschnur für versiegelte Mitglieder zum inneren Zusammenhang des ganzen von Gott geleiteten Werkes und Besonderheit zum damaligen Zeitpunkt vom Apostel selbst verfasst. Also das hat er praktisch geschrieben. Und in der heutigen Zeit, hatte ich erzählt, wird es durch mehrere Schreiber zusammengestellt. Unter Apostel Naftali kamen dann weitere 15 Gemeinden dazu mit etwa 1.500 Geschwistern. Das heißt, wir waren dann etwa schon auf einem Stand von 36 Gemeinden und 3.300 Geschwistern. Das ist also tatsächlich eine Zeit, wo es sehr stark gewachsen ist, wo es kaum Gottesdienste gab, wo jetzt nicht irgendwie eine Versiegelung war oder auch große Anzahlen von Versiegelungen. Wenn man heute froh ist, wenn irgendwo in der Gemeinde zwei Versiegelungen sind und da waren dann in einem Gottesdienst manchmal 30 Versiegelungen oder ähnliches. Dann kam eine sehr schwierige Zeit, das Verbot. Am 5. November 1934 ist das Tätigkeitsverbot ausgesprochen worden für das Apostelamt unter Begründung von marxistischen Umtrieben. Also man hat es nicht aus religiösen Gründen untersagt, sondern man hat da praktisch irgendeine Staatsfeindlichkeit rein interpretiert. Die Glaubensgemeinschaften wurden also aufgelöst. Es wurden Beschlagnahmen vorgenommen. Ich hatte da auch in der Vorbereitung Listen gesehen. Also da wurden die Gesangbücher aufgezählt, in Opferkasten, in Leuchtern. Also da wurde wirklich alles Inventar beschlagnahmt und es wurden eben auch die Brüder inhaftiert, angeklagt. Etwa 100 Geschwister auf der Apostel Nafta, die selbst war teilweise oder zeitweise inhaftiert. Und das war also eine sehr schwierige Zeit. Und trotzdem wurde im Untergrund, im Hintergrund oder, wenn man es ganz krass sagen will, in der Illegalität weitergearbeitet. Das heißt, es fanden trotzdem Hausbesuche statt, wo Andachten gefeiert wurden. Es gab Segnungen. Es gab also weiter mit zugezogenen Vorhängen Gemeindebegegnungen. Und es war natürlich auch ganz besonders wichtig, wenn die Brüder mal auf Urlaub waren von der Front, dass die dann in aller Regel auch wieder mit einem Segen zurückgegangen sind, dass sie also den Moment zu Hause dafür auch genutzt haben, den Segen Gottes zu erfahren. Und da wurde auch manches Mal, naja, dem einen oder anderen durch das Wort im Segen wahrscheinlich sogar das Leben gerettet. Weil ein ganz konkretes Wort war, tue nichts freiwillig. Und ein Bruder, der war in der Situation, dass ihm gesagt wurde, da und da ist ein Hinterhalt gewesen und wir holen uns unsere Waffen zurück, aber der Einsatz, der ist gefährlich, der verlangt Helden, das ist freiwillig. Und da hat er sich an sein Segenswort erinnert. Und dann war er der Einzige, der gesagt hat, da gehe ich nicht mit von seiner ganzen Truppe. Und er war dadurch natürlich erstmal in großer Gefahr, weil er ja augenscheinlich sich von der Truppe entfernt hat und nicht die Truppe sich von ihm. Also war er in höchster Gefahr, aber als nach einiger Zeit ein Rest seiner Truppe wiederkam, verwundet mit großen Verlusten, da haben sie zu ihm gesagt, du warst der Einzige Vernünftige. Und das war so ein Einzelerlebnis, was durch eine Segnung, durch das konkrete Wort, was er mitgenommen, was er umgesetzt hat, was ihm persönlich Segen war in dieser Zeit. Ein ganz besonders wichtiger Punkt in dieser Zeit war auch das gemeinsame Abendgebet. Wir kennen im Apostelamt Jesu Christi eine gemeinsame Gebetstunde. Die war ursprünglich mal um 22 Uhr. Sie wurde aber in der Kriegszeit auf 21 Uhr vorverlegt. Und ich habe tatsächlich auch in der Vorbereitung zu diesem Vortrag eine Erklärung dafür gelesen. Es soll in den Gefängnissen die Schließzeit um 21 Uhr gegeben haben, wo also alle in ihre Zellen mussten und zugemacht wurden. Und da kaum einer eine Uhr hatte dort, war das ein ganz verlässliches Zeichen, wie spät es gerade ist. Und die Gebetstunde wurde auf 21 Uhr festgelegt. Dass man also überall die Hände gefaltet hat, gebetet hat und ganz besonders natürlich auch für die Geschwister, die eben im Krieg waren. Und das hat sich bis heute glücklicherweise erhalten. Wir haben also immer noch 21 Uhr als Gebetsstunde. Und heute hilft es vielleicht den Menschen im Krankenhaus, den Menschen, die alleine sind, manchmal sogar den Kindern auf Klassenfahrt, weil sie sich gerade nicht wohlfühlen. Aber sie wissen, um neun beten alle. Und das macht eine große Verbindung in der Kriegszeit ganz besonders. Das Thema das Verbot, wir haben heute nur ansatzweise und eigentlich kaum über diesen Zusatztitel oder diesen Namensbestandteil des wirklichen Sozialismus gesprochen. Meines Sitzens war 34 das Mordteil des Namens. Aber immer Postel am Bruder. Nur Apostel. Das heißt, jetzt hier keine Runde. Nein. Wir hatten Tübchen. Okay. Das war die Zusatzgemeinschaft des wirklichen Sozialismus, war der letzte Wunsch von Fischer. Das wird als Zusatz eingetragen und im Verein die Welt sprechen. Ich würde es jetzt nicht sprechen, aber in dieser Zeit wäre das ja besonders wichtig. Ja. Darf ich nochmal ganz kurz zu dem Angebet? Ja. Das gibt es ja heute noch. Genau, genau. Dieses Angebet, aber in der individuelle Sache, jede Familie setzt sich zu Hause in Kreise hin und dann bildet sich diese Angebetgemeinschaft. Diese Gebetgemeinschaft, ja. Und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht, wer es macht. Aber es sind alle herzlich eingeladen und spätestens, wenn ich es brauche, wird mir die Stunde einfallen. Ein Apostel hat mal gesagt, ich möchte wissen, wer alles um neun betet. Ach, eigentlich will ich es nicht wissen, hat er dann gesagt. Vielleicht aus Sorge, dass man traurig wäre, wer es eben nicht praktiziert. Es gehört ja auch etwas dazu. Also gerade noch die Zeit vor Netflix, die war ja davon geprägt, dass es feste Anfangszeiten für Filme gibt. Die gehen in der Regel um über 21 Uhr. Also steht man regelmäßig vor der Herausforderung, wenn man sich abends für Fernsehgucken entscheidet, was mache ich denn jetzt? Und da gibt es von Ausmachen, Fernseher, über Leisemachen, über Späterbeten, über 10 Minuten vorher Ausmachen, gibt es alles. Wie geht jeder damit um? Und wie wichtig nehme ich mir das? Besonders interessant fand ich, als wir eine junge Schwester dazugekommen haben, also sie war schon Rentner, aber sie war kurz erst bei uns in der Gemeinde, deswegen junge Schwester, die hat mir dann mal ganz begeistert erzielt, da war ich Priester der Gemeinde, weiß ich über Priester, ich stelle mir immer einen Wecker um dreiviertel neun. Ich will das nicht verpassen. Also sie war alleine und ihr war das so wichtig, dass sie um neun mitbetet, dass sie sich also einen Wecker bestellt. 1946 erfolgte die Wiederzulassung dann als Glaubensgemeinschaft. Dann haben wir nach der Kriegszeit ein wichtiges Dator am 20. Februar 1947. Hier ist es die Namensänderung zum Apostelamt Jesu Christi. Also 1947 erhält unsere Glaubensgemeinschaft den endgültigen Namen und das wurde im Vorfeld durch Weissagung durch die Prophetin Hannah angekündigt. Und somit wird also Albert Trubach Stammapostel Jesu Christi. Was allerdings keinen Zusammenhang oder keinen Anspruch darauf erhebt, in irgendeiner Weise Jesu Christi zu sein, sondern ein Apostel Jesu Christi und dementsprechend auch die Kirchenbezeichnung Apostelamt Jesu Christi. Prophetin Hannah, ordinierte Prophetin oder quasi als Funktionsbezeichnung, weil jemand Weissag? Nein, also ob eine Ordination stattgefunden hat. Sie hat nicht gepredigt, also sie war Prophetin im Dienst der Weissagung sozusagen. Aber der Apostel hat praktisch mit ihr zusammengearbeitet, wie mit anderen Amtsmüdern auch, und hat auch praktisch von ihr diese Prophezeiung und Weissagung entgegengenommen. Sie war nicht spontan nur tätig, sondern es war eine außergewöhnliche Amtsbezeichnung. Es gab nicht in der ganzen Zeit Prophetinnen, aber die Prophetin Hannah war praktisch ein Amt. Ja, also es wurde nicht jeder, der geweiß sagt hat, als Prophetin gezeichnet, sondern da war schon... Es musste eine göttliche Handlung vollzogen werden, um die Person in dieses Amt der Propheten hinzuziehen. Ich habe eine an meiner Seite zu sitzen. Ich habe eine an meiner Seite zu sitzen. Ich habe weiter noch mal gebraucht. Also das weiß ich jetzt nicht. Es gab keine förmliche Ordinierung, aber sie war in die Situation. Und sie wurde natürlich auch wie jede andere Schwester gesegnet. Also ich würde, soweit ich weiß, sie in einer Segnung kreisen. Das wäre praktisch wahrgenommen. Und wer hat die Aussagen von Ihrer Kollektur gelesen? Also wir haben im Archiv praktisch original handschriftliche Aufzeichnungen über Ihre Weißsagen. Ich meine, das ist nicht schriftlich, sondern das, was Sie produziert haben. Das musste ja vom Apostelamt beobachten oder geprüft werden. Ja, also die Beurteilung der Weißsagen, die hat dann mit den Händen, den Händen, den Stammerkosten. Ja, also was Sie hier weishaft hat, hat er berurteilt und hat festgestellt, ja, mich ankeller an, das ist von Gott im Leben. War das normal? Also war ich davon, weil Sie das auch Frauen, welche Ämter hatten? Es gab es nicht mehr so. Mehr so Propheten, waren nicht die Einzige. Ah, aber nur Propheten oder Hirten, Tinnen oder Ebenen. Nein, das bin ich leider. Ich will jetzt mal kurz eingreifen. Bei uns gibt es drei, die Diakonisse, die Propheten und die Ebeniösen. Das sind die dreiseitigen Ämter, die wir haben. Die werden also auch in einem Gottesdienst gesegnet mit dem Amt, sozusagen in ihre Funktion hineingelassen und arbeiten dann so, wie auch die Männlichen, die also dann in der Weissagung machen dürfen, auf das Wort der Knechte, die dort gesprochen haben. Das wird ja nicht vorher fremstgelegt bei uns, sondern das ist so, es spricht jeder, wir müssen jetzt nicht sagen, wie in der Schlabe gewachsen ist, aber aus seiner Erkenntnis heraus. Und dann wird durch die Propheten, kann aber auch durch jeden anderen, eine Weissagung vollzogen werden, was diese Aussage bekräftigt. Und das war der Hintergrund. Und die können dann auch solche Dinge ankündigen, weil sie, naja, man sagt jetzt zum Propheten auch, seh, Herr, seh, wie sich diese Dinge entwickeln können. Und hat dann eben hier in dem Fall als Prophetin Hannah diese Aussage getätigt, dass also Albert Zubach dann dort dieses Amt übernehmen wird. War jetzt da hinten noch eine Frage? Ich hatte richtigerweise die gleiche Frage. Okay, passt. Ja, passt, okay. Ich habe aber noch eine Frage zum Namensverständnis. Ja, vielfach greift ihr ja auf die Stammesväter zurück. Hannah ist ja auch ein biblischer Name. Ist das jetzt tatsächlich so, dass sie auch im Grunde genommen das als Zusatz hat oder heißt sie tatsächlich mit Vornamen Hannah? Nein, das ist die Stammapostel Jesu Christi. Die wurden dann auch drei Bezirksapostel eingesetzt. Willi Trubach, Karl Drieschner und Karl Schreiber mit den geistlichen Namen Apostel Matthäus, Apostel Thomas und Apostel Markus. In dem zeitlichen Zusammenhang von 1947 und den folgenden Jahren ist wichtig zu wissen, dass unser sogenannter Ratgeber und Wegweiser entwickelt und herausgegeben wurde. Ein kleines Heftchen, was praktisch den Geschwistern an die Hand gegeben wurde, wo zum Beispiel auch der kleine Katechismus drin war, wo etwas zum Leben der Gläubigen in der Familie, in der Gemeinde geschrieben wurde, wie das Verhältnis in der Seelsorge zu den Amtsbrüdern ist, zum Unterdierkonsum, Dierkonsum. Also das war sozusagen eine Art Handbuch, Ratgeber und Wegweiser für die Geschwister. In dieser Zeit wird auch die Chorarbeit intensiviert und ein eigenes Gesangbuch herausgegeben und es finden Ämterkonferenzen statt. Also dass die Ämter untereinander im Austausch stehen zu ihrer Arbeit in Gesprächen. Auch ein wichtiger Wegpunkt, es werden Brotzettel erstellt, also Brotzettel deswegen, weil das Wort Gottes als Brot verstanden wird, das gebrochen wird, also verständlich, bekömmlich zerteilt wird. Und von daher ist also ein Brotzettel eine Predigthilfe, wo das entsprechende Textwort für den Sonntag vom Apostel erläutert wird und den dienenden Ämtern also etwas an die Hand gegeben wird als Orientierung, als Basis. Es finden auch Brotkonferenzen statt, wo also das auch nochmal mündlich bewegt wird, wo man über die Texte vom Apostel etwas hört und das nennt sich dann auch Brotbrechen und das hat sich so ein bisschen in der Sprache verfestigt, sodass man also durchaus heute auch noch davon spricht, heute ist Konferenz, was ist denn heute Brotbrechen? Ja, denn da weiß man also, heute ist es mit Textwortklärung und man kann das einordnen, stammt aus dieser Zeit. Dann ist uns fast am Ende der Vorbereitung eingefallen, oh je, wir haben den Westen vergessen. Das ist ein Problem. Ja, aber da wir ja nur hier sind, passiert das mal ganz leicht und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen tatsächlich das irgendwie noch einbauen, ergänzen. Also die Entwicklung in Ost und West war natürlich eine besonders schwierige, einfach durch die Gesellschaftsordnung, durch die eingeschränkten Möglichkeiten und deswegen kommt also jetzt ein Einschub, der ja diesen Zeitraum betrifft, im Wesentlichen die Entwicklung in Ost und West. Wenn wir uns den Ost mal zuerst anschauen, das ist jetzt alphabetisch sortiert, Erschwernisse für den Glauben, die waren in der DDR schon massiv. Es ist wirklich Praxis gewesen, dass man nicht zum Studium zugelassen wurde, dass man keine Meisterschule machen durfte, dass man Nachteile hatte, wenn man nicht in einer Pionierorganisation in der FDJ war. Also mein Vati beispielsweise, der ist Kfz-Schlösser gelernter und der wollte Meister machen und dann hieß es von seinem Vorgesetzten, naja, aber dann bist du doch wenigstens aktiv in der Partei, dann trittst du doch in die SED ein. Dann sagt er, kommt für ihn gar nicht in Frage. Sagt er, wie mache ich denn das jetzt, irgendwie muss ich es begründen. Na dann gehst du wenigstens drei Jahre zur Armee, verpflichtest du dich. Na ja, sagt er, da war er Bausoldat, na da ist die Tür, na dann rausgeschmissen. Also das war an vielen Stellen Endstation, es wurde wirklich deutlich abgegrenzt. Ich selbst war natürlich auch nicht in den Pionieren und als mein Vati mal bemängelt hat, dass bei den Fahnenappellen ja eigentlich immer nur die Pioniere und FDJler begrüßt werden und die anderen, die existieren ja gar nicht. Da hat dann der Direktor den Spieß umgedreht und beim nächsten Fahnenappell hieß es, liebe Pioniere, liebe FDJler, lieber Timo. So hat das nicht gemeint. Ich war ja lange nicht der einzige Nicht-Pionier, aber das war dann die Retourkutsche. Dann wurde ich also beim nächsten Appell mit allen zehn Klassenstufen persönlich begrüßt. Also das habe ich jetzt mal unter Diskriminierung und Berufsverboten zusammengefasst. Trotzdem, die Ausbreitung im Apostelamt Jesu Christi war eine sehr große. Also wir hatten kurzzeitig 150 Gemeinden, wenn man also auch die Aufbaugemeinden mitzählt. Das sind also entstehende, kleinere Gemeinden, wo nicht unbedingt ein Priester verantwortlich war, sondern wo oftmals auch ein Diakon beauftragt war, diese Gemeinde zu betreuen und dann nur zu besonderen Anlässen, wo Segnung und ähnliches war, dann auch im Priester mit hingefahren ist. Also wenn man diese Aufbaugemeinden mitzählt, 150 mit etwa 20.000 Geschwistern und 1.000 Ämtern. Das war also der höchste Punkt. In Frankfurt-Oder, weil wir nun gerade hier sind, hatten wir acht Gemeinden. Und die Gottesdienste fanden in diesem Raum statt. Wir haben hier zwei Räume übereinander und die acht Gemeinden waren so organisiert, dass jeweils zwei Gemeinden zur gleichen Zeit im Raum Gottesdienst gefeiert haben. Oben auch zwei Gemeinden zusammen Gottesdienst, da sind wir schon bei vier. Und dann hatten wir Schichtdienst, dann kam die Spätschicht und die hat dann nochmal das Gleiche gemacht. Und das war dann im Sommer um 8 Uhr und um 10 Uhr Gottesdienst und im Winter um 9 Uhr und um 11 Uhr Gottesdienst. Nee, das war das Problem. Man war also einer Gemeinde zugeordnet und man ist dann praktisch gegangen, wenn man dran ist. Das war manchmal herausfordernd, denn wenn man den Wechsel, den monatlichen Wechsel, immer zwischen früh und spät, wenn man diesen Wechsel dann auch noch zum Winterhalbjahr hatte, dann kann es sein, man ging also den einen Sonntag noch um 8 Uhr zum Gottesdienst und am nächsten Sonntag um 11 Uhr, weil es dann der große Wechsel war. Also wenn man sich die Gemeinde nicht ausziehen konnte, gab es da so eine seelsorgische Erwägung nach dem Motto, hier, deine Eltern sind dort, wenn du das mit einer seelsor warst, als dann die Eltern, Gehst du jetzt in die Gemeinde 5 und die Eltern sind dann 3? Oder war es so eine Tradition, dass die Eltern schon dann 3 waren und dann selber auch in der 3? Normalerweise ist sowas auch gewachsen. Es gab natürlich auch immer mal wieder, ich sag mal auch organisatorische Korrekturen. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen dienstlich. Also dass man gesehen hat, eine Gemeinde ist unwahrscheinlich groß geworden und die Parallelgemeinde vielleicht auch noch und im anderen Raum sind vielleicht zwei sehr kleine und dass man dann auch mal Anpassungen vorgenommen hat. Ich selber bin geboren und am Kinderwagen in die obere Gemeinde geschoben worden und bin aber dann, als ich als Unterdiakon berufen wurde und Chorleiter geworden bin, bin ich dann im Rahmen dieser Amtsberufung in eine untere Gemeinde gesandt worden. Also sowas passiert dann auch, dass man durch eine Amtsberufung in eine bestimmte Gemeinde gesandt wird und dann natürlich seine Familie mitnimmt, also Ehefrau und Kinder, dass man da möglichst nicht in getrennten Gemeinden dann unterwegs ist. Wie ist denn die Interaktion zwischen den Gemeinden mit Mitgliedern? Also sieht man sich trotzdem irgendwo als Einheit und nur organisatorisch getrennt oder sind das wirklich selbstständige Universen, die Gemeinden? Also da sind wir weit weg von Universen glücklicherweise. Es gibt auch eine niedliche Zusammenfassung. Also offiziell sind wir nämlich unten Gemeinde 2 und 3 und oben ist 1 und 4. So und da gibt es aber schon umgangssprachlich die Bezeichnung FFU und FFO. Also Frankfurt oder unten und Frankfurt oder oben, was einfach schon aussagt, das ist schon eine Gemeinde. Vom Gefühl her, vom Verständnis, es ist ein Chor, es ist ein gemeinsamer Gottesdienst, es ist eine gemeinsame Weihnachtsfeier, um es jetzt mal so plastisch zu machen. Hat denn berufliche Schichtarbeit darauf Einfluss oder war das kein... Ne, das war jetzt nicht... Dann warum dann trotzdem noch... Also das Prinzip ist, jeder hat ein Gemeindeworgen hingehört. Er hat einen Minister, er hat einen Seelsäuer, einen Diakon, einen Unterdiakon und hat seinen festen Platz praktisch. Das heißt ja nicht, dass er nicht mal, weil es nicht anders geht, weil er Schichtarbeiter ist oder so, dass er mal in die Handelgemeinde zum Gottesdienst geht. Aber er hat praktisch eine feste Gemeinschaft. Und insgesamt sind wir alle, seit Christi, da gibt es eigentlich keine Rivalitäten zwischen den Gemeinden im Gegenteil. Hier in Frankfurt wurde natürlich auch vieles Außergemeinsicht. Da haben sich mehrere Gemeinden getroffen, irgendwas, eine Veranstaltung gemacht. Also so haben wir das mal gehanden gehabt. Letzten Endes war es ja schon beim Chor. Zwei Gemeinden hatten zusammen Gottesdienst. Und da gab es aber einen Chor. Das war. Ihr könnt also quasi von zwei Priesterbezirken, die zusammen... Ja, die Priester haben sich abgewechselt, es sei denn, ein anderes Amt kam als Besuch. Die haben sich in der Pfingst abgewechselt. Ja, bitte. Hat hier eine Gemeinde nur einen Priester aus? Ja. Ah, okay. Also zur damaligen Zeit acht Priester. Heute haben wir vier Priester, weil wir heute noch vier Gemeinden sind. Das ist sozusagen Gemeindeleiter. Gemeindeleiter. Ja, das ist ein völlig anderes Prinzip als den anderen Apostolischen Ehren, den wir jetzt hier sehen. Weil ich gerade unsere Sozialistin und Chorleiterin sehe, wir haben ja auch noch die einzelnen Gemeindeköne zusammengefasst. Es gab einen sogenannten großen Chor, da konnten eben alle Chorin-Schwister mitsingen. Und ja, die Gemeinde, nun könnte man sagen, warum hat man die Gemeinden so klein gemacht. Das war eben, damit die Seelsorge gewährleistet werden konnte. Denn als die Gemeinden noch stark waren, die Priester, die arbeiteten ja. Und die mussten ja nach der Arbeit die ganze Arbeit tun. Und da wäre eine bestimmte Größe der Gemeinden, da wäre es nicht mehr möglich gewesen. Das war eigentlich der Grund der Land. Sind die Gemeinden noch etwa pro Priester vergleich groß? Oder kann es sein, dass es ein, also außer jetzt mit organisatorischen Anpassungen, gibt es da eine Lösung, sozusagen immer ab 50 Leuten wird dann eine zweite Gemeinde gegründet? Oder eine dritte oder eine vierte? Vollkommen guter Gedanke. Aber die Gemeinden wachsen eben heute nicht mehr. Ja, aber ihr legt es dann trotzdem noch nicht zusammen. Also es gibt jetzt auch Priester, die vielleicht nur noch zehn Geschwister haben. Nein, nein, nein. Also wir haben etwa knapp 100, sage ich jetzt mal, im Schnitt pro Gemeinde. Das liegt in Frankfurt, wenn es mehr sind. In Frankfurt. In Frankfurt. Drei Gemeinden waren es bei Simeon und später waren es dann mal acht. Also da wurden auch Gemeinden geteilt. Und es war mal die Gemeinde so und so, dass die Gemeinde Nummer N plus 1 hervorgegangen ist. Also haben wir hier in Frankfurt, wenn jetzt hier noch zwei jeweils sind, haben wir jetzt noch mindestens 400 Leute hier. Ja, also wir haben vier Gemeinden. Vier, ja. Das sind die Gemeinde 100 Leute. Nicht ganz. Wir sind, glaube ich, knapp drunter. Wobei man ja auch leider sagen muss, dass nicht alle Gemeinden wieder jeden Sonntag in die Gottesdienst sind. Ja. Das ist normal. Allerdings haben wir ungefähr eine Gottesdienstbeteiligung von knapp 50 Prozent. Also damit sind wir doch schon vergleichsweise sehr zufrieden. Sie sind übergelist und dieser Bruder ist älteste da. Ja. Das sind dann übergemeindliche Älter. Richtig. Sie gehören nicht zur eigenen... Ich gehöre, also ich habe zwar auch eine Heimatgemeinde, ich bin immer noch Mitglied in der Gemeinde Frankfurt-Oder 2 und FFU. Aber bin jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde unterwegs, in Brandenburg vorrangig, teilweise auch in Mecklenburg, weil unser Apostel den Bereich mitbetreut, aber hauptsächlich in Brandenburg. Und weil Brandenburg so viele Gemeinden hat, ist das auch nochmal unterteilt in Brandenburg 1 und Brandenburg 2. Also den nördlichen Brandenburg ist 1 und der südliche Brandenburg ist 2. Und von daher bin ich hauptsächlich in Brandenburg 1 unterwegs. Aber auch der Apostel hat eine Heimatgemeinde. Genau, der gehört auch zu einer Gemeinde, hat auch einen Riesler und hat auch einen Unterdeckung. Und Kinderberg meinten, die hatten ja auch zusammen Riesler und Gemeindegrenzen, also die waren dann auch... Genau, also das wird auch zusammengefasst, dass man viel gemeinsam macht und die Gemeindegrenzen nie zum Abgrenzen dienen, sondern eigentlich organisatorisch irgendwo notwendig sind. Das größte Problem mit dem Mauerbau war, dass der Stammapostel nicht mehr die Westgemeinden besuchen konnte. Also der Leiter, das Apostelleiter Jesu Christi, konnte nicht mehr die Westgemeinden besuchen. Und dadurch war es notwendig, dass der Apostel Matthäus, da haben wir ein Bild, Willi Trubach, der selbst schon seit 47 Apostel war, aber dann 1961 die Leitung vom Apostelamt West übernommen hat. Und da kann ich mir jetzt nicht wirklich ein Urteil erlauben, aber aus den Unterlagen geht hervor, dass es aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig war, damals die Rechtsform eines Vereins zu wählen, um einfach bestimmte Rechtsgeschäfte, wie zum Beispiel ein Grundstückserwerb oder ähnliches, tätigen zu können. Das war also der Grund dafür, dass es im Westen dann das Apostelamt Jesu Christi Kirche als Körperschaft des privaten Rechts e.V. gab. Und damit sozusagen eine parallel existierende Körperschaft. Eine Frage? Ja. West-Westen, West-Berlin gemeint? Und West-Deutschland, ja, West-Berlin und West-Deutschland, genau. Dann gab es in dieser Zeit West noch eine Abspaltung, und zwar ist der GDAJC, die Gemeinschaft der Apostel Jesu Christi, entstanden. Ich würde aber meinen, früher, als es in der Übersicht steht, da müsste man vielleicht nochmal, ich glaube, da steht es erst in den 70ern, Ich würde denken, dass es eher in den späten 60ern, aber da müssten wir vielleicht nochmal, deswegen habe ich hier jetzt keine Jahreszahl dazu geschrieben. Im späteren Verlauf übernimmt dann der Apostel Paulus Horst-Trobach rechts hier im Bild die Leitung des Apostelamts Jesu Christi West ab Mai 75. Sehr aufmerksam, ja, der 20. Februar ist ein ganz wichtiger Tag, im Ursprung mal tatsächlich Apostelgeburtstag, und dann eben auch immer wieder für Amtsberufungen und im späteren Verlauf dann auch als Kirchentag bezeichnet. Also heute bezeichnen wir den 20. Februar als unseren Kirchentag und es finden zentrale gemeinsame Gottesdienste statt, also Deutschland war halt, und in aller Regel in letzter Zeit jetzt in Berlin, äh Quatsch, in Cottbus. Zuvor waren wir auch in Berlin, in Hannover und in Chemnitz. Ja. Ihr habt da spezielle Rufungsgottesdienste, wo dann vorher klar war, man bereitet sich besonders vor, ob das eine Apostelrufung oder eine Rufung in Hannes anstanden wird, oder war das vorher nicht so klar, ob da was passiert oder nicht? Ich denke, den handelnden Personen wird es klar gewesen sein, ja. Das war nicht veröffentlicht vorher. Nein, 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 passiert das und das. Wir haben jetzt einen neuen Apostel oder wir kriegen einen neuen Propheten noch. Nein, nein, das ist immer ein bisschen spannend, muss es schon sein, dann hinfährt. Die Schwerpunkte in der Westentwicklung, wenn man sie mal so kurz zusammendampfen möchte, war auf jeden Fall die Jugendarbeit. Auch sie haben in der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgemeinschaften mitgearbeitet seit 1947. Sie haben tatsächlich auch Vorträge zu Glaubensfragen an der Volkshochschule gehalten. Also war offensichtlich mit DDR-Verhältnissen gar nicht vergleichbar, dass sowas überhaupt möglich wäre, dass da jemand sowas zugelassen hätte. Was dann auch noch erfolgt ist, unter dem Namen Apostel am Jesu Christi wurde ein weiterer Verein gegründet, Sozialwerk e.V. Da ging es um Jugendarbeit, Altenfürsorge, Selbstständigerverein. Also meine ganz persönliche Empfindung ist, man hätte Apostel am Jesu Christi weglassen können, weil das ist wirklich eine Sozialeinrichtung. Also es ist nicht eine Einrichtung, die der Verkündung des Evangeliums dient, sondern es ist sozusagen ein anderer Zweck. Und die Nähe durch den Namen hat auch eine gewisse Legitimation suggeriert. Und das ist nicht immer reibungslos gewesen, sagen wir es mal so. In Westdeutschland wurde auch eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß am Anfang Jugend und wurde später dann Baum des Lebens genannt. Und es ist von der Absicht mit dem Mitteilungsblatt vergleichbar. Dann kommen wir, ich habe es geahnt, die Zeit drängt uns etwas. Dann kommen wir zum Apostel Andreas. Der ist sehr kurz im Amt gewesen, tatsächlich ein Jahr, ein Monat und einen Tag. Das hat einfach damit zu tun, dass er dann verstorben ist. Und trotzdem habe ich gestaunt in der Vorbereitung, was in dieser Zeit alles angeschoben wurde. Meine erste Vermutung war, naja, ein Jahr, da wird nicht allzu viel zu finden sein. Aber wir finden hier erstmal seine Berufung am 05.07.1980 und dann jetzt zeitlich eingeordnet, das Versterben von Albert Trubach am 14.09. Und Anfang August wurde die erste gemeinsame Apostelkonferenz Ost und West einberufen. Es war also ein bewusster Versuch, ein bewusster Schritt, aufeinander zuzugehen, miteinander wieder besser ans Gespräch zu kommen. Auch über die ganzen Wirrungen, die es praktisch im Vorfeld gab. Und seither wird auf dieser erste Sonntag im August als Tag der Versöhnung im Apostelamt Jesu Christi gefeiert. Und es ist einer der vier Termine für unsere Abendmahlsgottesdienste im Jahr. Ich habe eine kurze Frage, was die Apostelkonferenz war, war ja auch gerade in der Trennung, weil die Gemeinden waren jetzt ohne Seelsorgen an durch die Apostelkonferenz Ost und Weste. Ja, ja. Oder es war also jemand sozusagen, dass die westlichen Gemeinden betreut werden. Ja. Aber es war dann sozusagen auch ein Mehrheit, ein Auseinanderleben. Das heißt, die Apostelkonferenz haben nicht miteinander kommuniziert oder kommuniziert. Sie haben es versucht, aber es ist dann vielleicht manchmal so ähnlich gewesen wie die Briefsammlung, die wir vorhin gesehen haben. Also, dass es eher Auseinandersetzungen waren. Also, es ist leider in dieser Zeit sehr schwierig gewesen. Und gerade auch die Vereinsgründung, die Konzentration auch auf finanzielle Dinge, auf Besitz, was eben von Ost nicht mitgetragen wurde. Auch die mangelnde Anerkenntnis des östlichen Stammarmostels haben dazu geführt, dass es eher Auseinandersetzungen dann auch im Weiteren waren. Deswegen ist es umso mehr zu begrüßen, dass hier wieder ein Schritt aufeinander zugegangen wurde. Es gab dann auch schon erste Gespräche mit der evangelischen Kirche, ökumenischer Art. Und ein wichtiger Punkt eigentlich, der spätestens beim Apostel Andreas ganz deutlich auftaucht, dass die Wiederkunft Christi in der Person des Stammapostels nicht mehr gelehrt wird. Und dass man praktisch zu dem Gedanken, dass der Leib Jesu Christi durch die Gemeinschaft der Gläubigen gebildet wird, was dann später auch in unser eigenes Glaubensbekenntnis, kommen wir gleich noch dazu, eingegangen ist, findet hier schon deutlichen Widerhall. Das ist ja jetzt eine sehr entscheidende Sache. Richtig. Wie wurde das denn von den Gemeindegliedern aufgenommen? Das ist doch jetzt ein Schwung 180 Grad. Oder war das sozusagen schon latent da? Manche Sachen entwickeln sich ja einfach. Ja, ja. Und die Kirche sagt, so, das ist jetzt unsere Lehre, aber die hat sich vorher schon entwickelt. Das würde ich eher so sehen. Also es ist ja schon vorher die Tendenz da, das nicht mehr ganz gut da zu sehen. Und hier ist es richtig, dass es nicht mehr benannt ist, sozusagen. Und wir kommen auch zu einem Thema, was eigentlich auch ein Hauptthema noch bis heute ist, der Vergleich praktisch zwischen Wiederkunft und Gegenwärtigkeit des Herrn. Da kommen wir nachher noch mal ganz kurz dazu. Ob ich jetzt was übersehen? Dann kommen wir zu unserem Apostel Waldemar Rode. Da wollte unser lieber Ältester was zu sagen. Zumindest zuerst über uns. Ja, der Apostel Waldemar Rode hatte eine lange Wirkungszeit. Er wurde zum Apostel Philippus, also mit einem geistigen Namen berufen und hat von, nach dem Tod des Stammapostels Jesu Christi von 81 bis 2005, hat er das Apostelamt geleitet. Das Apostelamt war im Rosti. Nach dem einen Jahr Apostel Andreas ist Apostel Waldemar Rode berufen worden und vom 3.10.81 bis 20.02. 2005, Kirchenhauptamt wechselte in den Cottbus, erhält 96 den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also wir hatten ja das Westapostelamt, konnte, hat es ja praktisch ein eingetragener Verein gewesen. Das Apostelamt hat den Antrag gestellt, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden. Dem ist auch stattgegeben worden, also 1996 im Land Brandenburg, Status und Rechte der Körperschaft, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Stammapostel wird praktisch aufgegeben. Der Apostel Philippus versteht sich als Primus unter Pares, erster unter Gleichem. In der Apostelkonferenz, in der Gemeinschaft der Apostel, ist er der Leiter, aber er ist ein erster unter Gleichem. Er ist nicht mehr Stammapostel. Ja, dann gibt es auch eine Öffnung zu anderen Konfessionen. Das Apostelamt im Osten hier wird ab 1981 Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen der DDR. Es gibt natürlich auch eine ACK im Westen, in der Bundesrepublik, das hier der DDR-Zusatz. Aber wir sind da schon im Gaststatus Mitglied. Ja, 1985 hat das Apostelamt ein eigenes Glaubensbekenntnis, so ein zwölf Punkte Papier, zwölf Glaubenssätze. Und das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, das altkirchliche, wird weiter anerkannt. Es ist nicht so, dass das außer Kraft gesetzt wird. Der Apostel wurde mal erklärt, er ist einmal gefragt worden, ja, was glaubt ihr denn eigentlich? Oder was seid ihr für eine Kirche? Seid ihr katholisch? Seid ihr evangelisch? Ne, wir sind Apostelamt. Was ist das Besondere am Apostelamt? In dem Bestreben, das Besondere in einem Glaubensbekenntnis auszudrücken, ist eben dieses Papier entstanden. Aber das Apostolikum ist weiterhin anerkannt, wurde aber, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, im Religionsunterricht nicht mehr gelehrt. Heute sind wir zu dem Apostolikum zurückgekoppelt. Hier kehrt, das muss vorab, aber 1985 eben diese Einführung. Ja, dann wird auch ein Organisationshandbuch eingeführt, wo bestimmte Glaubensgrundsätze, bestimmte organisatorische Dinge, wie die Sakramente gespendet werden, wie sie begründet werden, ist da alles mal schriftlich exakt und verbindlich festgelegt. Ich habe das heute noch stehen, manchmal kriege ich da heute noch rein, obwohl ja die Zeit schon lange her ist. Der 20. Februar wird jetzt als Kirchentag bezeichnet. Also der zentrale Gottesdienst, DDR-weit war ja schon vorher, jetzt sagen wir dazu, das ist ein Kirchentag. Und wer kann, kommt zu diesem zentralen Gottesdienst hin, denn da finden Amtssetzungen statt. Und da wird auch nach unserem Verständnis eine Wegweisung erfolgen durch die Predigt an diesem Tag, wie es weitergeht wird. Örtliche Gottesdienste gibt es da nicht an dem Tag. Ausnahmsweise. Da gibt es, wenn praktisch Geschwister, die krankheitsbedingt nicht reisen können oder so, das ist auch mein Gott, ist aber im Allgemeinen, sollen alle zu diesen zentralen. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar habe ich bei uns in dem Amtsblatt gelesen, weil ich komme aus der Nähe von Cottbus, ich kenne auch die Lokalitäten dort. Und da stand dann drin, dass das Apostelamt Jesu Christi am 2. Mai einen Sendungstag in Cottbus feiert. Naja, wir feiern den 2. Mai als Sendungsfest. Das wurde direkt in den Messegeländen dort. Naja, also wir haben hier auch, der 2. Mai ist ja noch nicht so lange zurück, da haben wir hier auch einen zentralen Gottesdienst, einen Abendgottesdienst in der Gertrautkirche gefeiert. Und die Cottbusser, das ist ein anderer Kirchenabend, ein anderer Zuständigkeitsbereich, die machen da auch einen zentralen Gottesdienst. Aber der Kirchentag ist am 20. Naja, deswegen frage ich euch. Zwei Sachen, ne? Zwei Sachen. Apostel Mode hat sieben Apostel eingesetzt, die sind so aufgezählt. Ich muss jetzt mal ein bisschen auf das Glas drücken. Jetzt kommt die Wendezeit. Jetzt fällt die Mauer und da ändert sich ja einiges. Im Natürlichen, was hat sich im Apostelamt geändert? Am 26. Januar gibt es eine Absprache, Apostel Paulus, Horst Ruber, Apostel Philippus, weil immer wohl ein gemeinsamer Weg zur Einheit des Apostelamtes soll erarbeitet werden. Liegt ja nahe. Aber mit der Einheit ist nicht so einfach. Und letzten Endes ist erst, alle haben sich gefreut, die Mauer ist gefallen. Jetzt wird alles besser. Jetzt sind die Beschränkungen für die Glaubenden hier in der ehemaligen DDR weggefallen. Aber wir wurden zumindest erste Schritte unternommen. Am 20. Februar 1991. Am 20. Februar 1991 und auch 1992 findet ein gemeinsamer Gottesdienst aller drei Bereiche in Berlin statt. Und das war natürlich große Freude ausgelöst. IOC Ost, IOC West und auch die GDIOC, ihr Schwister, haben sich dort gesehen. in der Nachwendezeile. Vorher haben wir von Apostelbezirken gesprochen. Ein Apostel war für ein Bezirk verantwortlich, jetzt die Bezeichnung Kirchenämter. Kirchenamt Brandenburg I, Brandenburg II, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Zentrale Arbeitskreise, zack, abgekürzt, für Querschnittsbereiche, für Musik. Musik, also Erarbeitung eines neuen Gesamtbuchs, Hilfe für die Chorleiter. Da haben sich die Verantwortlichen zentral getroffen und haben dort diese Erfahrung ausgetauscht und es war eine einheitliche Arbeit möglich in der ganzen Kirche. 1994 ein Höhepunkt zentrales Jugendkreffen am Karoliensee in der ehemaligen Pionierrepublik. Da waren 450 Jugendliche aus allen Teilen Deutschlands. Wir haben ja im Westen nicht so sehr viele Gemeinden, da haben wir nur in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland. Deutschland, aber hier im Osten sind ja alle ehemaligen Bezirke und alle fünf neuen Länder da vertreten, waren die Gemeinden vertreten und das war natürlich eine ganz tolle Sache. Wurde lange vorbereitet und die Jugendlichen haben dort auch kreativ etwas gestaltet, über ihren Glauben gesprochen. Das war ein großer Hoffnungspunkt. Ich selber war mit dabei, ich habe damals auch Jugendarbeit mit meiner Frau gemacht. Ab 1995 gibt es wieder ein Mitteilungsblatt. Nach dem Krieg gab es mal für zwei Jahre bis 1950, 1951 ein Mitteilungsblatt, bloß das wurde im Westteil von Berlin gedruckt und irgendwann war es dann nicht mehr möglich. Wurde eingestellt, alles hat sich gefreut, dass es wieder ein Mitteilungsblatt gab. Zu DDR-Zeiten haben wir mal ein paar Seiten vervielfältigt mit Ormic gehabt, ansonsten fehlte eigentlich das Mitteilungsblatt als wichtiges Bindeglied zwischen den Gemeinden und den Geschwistern. Ab 1997 werden Kontakte zur OAC, also zu der Apostolischen Kirche in Südafrika, aufgenommen. 1998 werden die geistigen Apostelnahmen abgeschafft, also wir sagen ja nicht mehr Apostel Philippus, sondern Apostel Rude, den bürgerlichen Namen. Ab 1998 auch der Beschluss, dass das Bischofsamt nicht mehr besetzt wird. Nicht was für eine Begründung. Die Begründung war, dass die Arbeiten eines Bischofs auch vom Apostel erledigt werden, dass es praktisch keine Begründung mehr gibt, das Amt neu zu besetzen. Das war nicht so richtig, ist nicht so richtig auf Verständnis gestoßen und es hat wieder eine Zeit gegeben, wo das Bischofsamt wieder besetzt wird. Es war nur eine Zwischen. Und die Begründung, warum die geistlichen Namen abgeschafft wurden? Die geistlichen Namen abgeschafft, naja, also die geistlichen Namen führte ja auch, also für mich persönlich immer insofern zur Verwirrung, weil es gab denn, wenn man jetzt gesprochen hat, ja welcher Apostel Lukas ist gemein, welcher Apostel Johannes ist gemein, es gab ja mehrere Brüder, die das Amt bekleidet haben. Das wird nicht die entscheidende gewesen sein. Ich würde mal sagen, auf solche... Ja, bitte? Vielleicht hat man es noch andersrum gedacht. Man hat gesagt, es gibt keine liturgische, oder keine... Es gibt keine geistliche Begründung für diese Namen. Also... Also eigentlich muss man sich überlegen, warum mache ich das, was ich mache, und nicht nur... Ja, für mich war das... Für mich war das immer so, ich dachte, naja, der Apostel mit einem bestimmten Namen, der hat von seinen Gaben, die er hat, jeder Apostel hat ja einen anderen Charakter, andere Gaben, hat ein anderes Wort, wenn man so will, ist derselbe Geist, aber sind ja unterschiedlich. Und das habe ich immer verbunden mit diesem geistlichen Namen, aber im Prinzip ist es ja so, dass der Apostel eigentlich die Fülle aller Gaben von Gott geschenkt bekommt, wie er sie ausprägt, wie er sie lebt, ist ja mal noch ein Unterschied. Also wie gesagt, auf alle Fälle war das jetzt erst mal... Wir wollen ja nur die Fakten aufzählen. So, Kirchentage und Schwerpunkte ab 1999, am 2. und am 20. Februar zum Kirchentag fünf Apostel aus dem AJC-EV treten dem AJC Körperschaft des öffentlichen Rechts bei. Einladung zum Abendball nur für Versiegelung. Ich zähle erst mal bis auf. Gegenseitige Besuche Apostel Andreas vom GDAJC, dieser kleinen Abspaltung in Berlin-West, in Hannover. Apostel Schulz ist in Berlin. und Kirchentag für alle drei Bereiche in Hannover am 2004, ca. 2400 Geschwister in der großen Halle da in Hannover. Und ab 2004 wird eine neue Schrift was wir glauben eingeführt. Jetzt wollte ich eigentlich wieder die Aufzählung spiegelt eigentlich auch die Bemühungen der gegenseitigen Annäherung wieder. Also dass ein Beitritt das Apostel schon gesagt haben wir waren Nägel mit Köpfen wir treten jetzt dem Kör bei dann sind wir schon zusammen. Also das ist ein Zusammenkommen. Dann noch diese gegenseitigen Besuche das war jeweils den Apostel sag ich mal Westapostel ist zum Ostkirchentag und den Ostapostel zum Westkirchentag gefahren weil es war eben so dass dieser nachwendliche Geist wo gleich gemeinsame Kirchentage stattgefunden haben das war noch nicht tragfähig also das war nicht von da an immer sondern das waren erst mal nur zwei Jahre und dann fanden doch wieder getrennte Gottesdienste statt und man hat sich weiter versucht anzunähern und 2004 war eben wieder ein besonderer Tag wo man zusammen den Kirchentag begehen konnte und das hatte auch den Grund dass alle Geschwister zusammen das Vaterunser gebetet haben also auch ein Beitrag dazu diesen Willen zur Einheit auch durch die Geschwister zu tragen das ist eigentlich der rote Faden der sich durch diese Zeit zieht noch eine große Frage wenn die 5 Apostel aus dem TV sind beigetreten wurde dann wieder der TV aufgebild da waren noch mehr noch mal eine Frage zu dem gemeinsamen Vaterunser warum ist das was besonderes gab es eine andere Formulierung das Besondere ist daran wir beten in unserem Gottesdienst Ablauf das Vaterunser nur zum Abendmahl viermal im Jahr und wir beten es bei Trauerfeiern das heißt das Gebet wird sehr sparsam eingesetzt es ist tatsächlich etwas besonderes wenn man es gemeinsam in einem Gottesdienst betet neben diesem genannten Termin deswegen ist ein guter Hinweis es wird ja häufiger gebetet in der Neuer Ostlodischen Kirche hier unten der letzte Punkt auf dieser Folie der Apostel Rode segnet sein Nachfolger Ingolf Schulz am 20. Februar 2005 und damit kommen wir zum Apostel Ingolf Schulz die Amtszeit vom 20. Februar 2005 bis 13. 5. 2006 es bezieht sich also auf die Amtszeit als Leitender Apostel in dieser Zeit wurden die Kontakte zur Alt-Apostolischen Kirche Südafrika intensiviert und in diesem Zusammenhang gab es dann am 2. Mai 2005 ein Gottesdienst in Berlin wo die gesalbten Amtsträger mit ihren Frauen anwesend waren und es war da eigentlich vorgesehen das Salbe für die Apostel und ihre Frauen einzuführen also sie zu salben und das ist aber am Widerstand jetzt endlich der Beteiligten gescheitert an diesem Tag und damit ja war auf diesem Weg zu oder mit der OAC da doch von deutlichen unterschiedlichen Auffassungen auszugehen am 22.07.2005 tritt der Apostel Gladys 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 G-L-A G-L-A G-L-I-S Frankfurt Oder da sitzt er und der Apostel Schulz ist auch da da hinten da also Beteiligte sind heute hier am 22.07.2005 Apostel Gladys aus Frankfurt Oder auf eigenen Wunsch zurück und im August des gleichen Jahres gibt es Gottesdienste in Nordrhein-Westfalen in Sachsen wo dann Geschwistern schon das Salböl angeboten wird zur Bestätigung ihrer Versiegelung und damit hat also dieser Einfluss von den von der OAC immer mehr an Bedeutung gewonnen also man könnte auch sagen Druck aufgebaut das war ebenfalls in diesen beiden Kirchenämtern der Fall mit Gottesdiensten und letztendlich war auch die Absicht dass Liturgie Glaubensbekenntnisse Handlungen vereinheitlicht werden sollen also passend sozusagen zur OAC und das heißt Sie sollten die Liturgie der Heute ist durch die Church übernehmen im Kern Transpher der Klang größeren hoch sondern immer die größere ja 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 das heißt ja Sie sollten Ihre Eigenheiten Ihre Spezialitäten auch und das war genau das Problem im Wesentlichen also die Wahrnehmung ich muss dazu sagen wir befinden uns hier wir befinden uns hier in einem sehr speziellen und auch sehr schwierigen Bereich unserer Geschichte und ich versuche das auch so Fakten getreu wie möglich und so unemotional wie möglich darzustellen ich war selber schon Amtsträger ich sage jetzt mal glücklicherweise noch kein Priester damit keine Verantwortung für eine Gemeinde sondern erstmal nur in einem kleineren Kreis aber was hier passiert ist ist praktisch eine Auseinandersetzung mit dem Thema was passiert und vor allem auch die Frage das ist glaube ich auch der nächste Punkt was glaube ich also was macht denn eigentlich mein Glauben aus was macht meine Kirche aus was gebe ich auf was was will ich behalten was es hat also eine unwahrscheinliche Bewegung gegeben der Auseinandersetzung mit den Themen es gab Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern des gemeinsamen Weges mit der ORC und es war teilweise auch an mancher Stelle leider unschön muss man sagen jetzt frage ich erst mal hin also das Öl an sich also ich kann jetzt mal auch aus meiner Perspektive sprechen das Öl an sich war gar nicht das Hauptproblem weil das Salzöl als ein äußeres Zeichen für ein Sakrament also das kann man durchaus diskutieren also das ist nicht per se falsch oder so sondern es war eigentlich das Hauptproblem ich glaube ich habe es na vielleicht kommt es noch das Hauptproblem war eigentlich die Wiederholung der Taufe der Versiegelung mit diesem Öl also es ist für uns der Eindruck entstanden meine Taufe zählt nicht ich muss neu getauft werden ich muss neu versiegelt werden ich muss eine neue Amtsberufung haben das war dann eigentlich wurde natürlich mit diesem Salböl in Verbindung gebracht weil es damit gemacht wurde aber letztendlich liegt es nicht an dem Öl sondern an der Tatsache ja woher kamen denn die Befürworter dieses Zusammengehens her weil eigentlich es wird ja sowas immer von der Kirchenleitung aus in die Gemeinde tragen es wird ja nicht Geschwister gewesen sein wir wollen jetzt eine ORC Annäherung es muss ja von der Kirchenleitung kommen wir haben von dem Kirchenamtjag des KWR gesprochen fünf Wessler e.V. dazugetreten wie groß war dieses Gremium und wie viele in diesem Gremium wollten dann diese Vereinigung mit der ORC weil offensichtlich gar nicht alle ja also es waren dann mindestens drei Apostel die diesen Weg gegangen sind und die haben logischerweise natürlich in ihrem Wirkungsbereich nämlich einer aus NRW einer aus Sachsen wo wir die Gottesdienste hatten die haben natürlich in ihrem Wirkungsbereich versucht das zu erklären und den Weg ich sag's mal mit meinen Worten schmackhaft zu machen und von daher haben natürlich Geschwister zugehört und haben gesagt klingt für mich logisch klingt spannend und da mache ich mit und andere haben gesagt das glaube ich nicht das sind nicht meine Wurzeln ich will das nicht und so hat das angefangen praktisch dass da so zwei Lager entstanden sind in gewisser Weise also drei von wie vielen waren damals zu der Zeit zehn zwölf also noch mal bei 10 zwölf etwa also von der größeren Ordnung also es gab einen Beschluss der Apostelkonkurrenz vom 8.1.2005 im gemeinsamen Weg mit der OAC zu gehen den haben doch alle arbeitsaktiven Apostel zu gestimmt die Frage ist was jeder darunter verstanden hat so und dann gab am 18.05.2006 den Beschluss dass dieses Zusammengehen nicht mehr möglich also die beschlussmäßigen Fakten und alles andere sehr schwierig also die Themen waren wirklich so dass es durch Familien ging also in der eigenen Familie gab es eben den einen und den anderen Gedanken und in der größeren Familie ist es eben doch so gewesen dass die einen eben mit zur altapistolischen Kirche gegangen sind und andere geblieben sind und manche einer hat darunter sehr gelitten und letztendlich musste aber jeder irgendwo für sich eine Entscheidung treffen Ganz so dramatisch, wenn die Kartoffeln nicht mehr dampfen, wenn ihr einverstanden seid. Dann bringen wir das noch schnell zu Ende. Es ist jetzt in dieser Zuspitzung so, dass am 2. Mai 2006, da ist wieder gemeinsamer Gottesdienst in Berlin, diesmal aber nicht nur die Amtsträger, sondern offen eingeladen. Und da kommt es zu Amtsenthebungen von den Gegnern der Vereinigung mit der UAC. Und das ist eigentlich der Höhepunkt, sage ich jetzt mal, der sichtbaren Spaltung. Ich war in dem Gottesdienst dabei. Dann sind auch Brüder aufgestanden und sind demonstrativ rausgegangen, ein Teil blieb. Und das war furchtbar. Es war eigentlich nicht zum Aushalten. Und vor allem wurden so viele verdutzte Geschwister da übrig gelassen, die gar nicht wussten, was hier eigentlich los ist. Also das war sozusagen die Zuspitzung. Und letztendlich ist es so, dass ein Großteil der Geschwister den Weg nicht abgehen. Und hier haben wir jetzt den Fakt mit der erneuten Taufe und Versiegelung, Amtsberufung, sondern bleiben. Daraufhin, also das ist dann nur wenige Tage später, erklärt dann der Apostel Schulz den Austritt aus dem Apostelamt Jesu Christi und mit ihm dann auch noch die beiden Apostel, Hans-Georg Richter und Uwe Jakob. Zwar etwas später, erst im August 2006. Letztendlich gründen sie dann die Alte Apostolische Kirche in Deutschland. Und ja, das ist auch schon, sage ich mal, der Punkt, wo wir mit der Darstellung dieser Thematik dann auch schon wieder aufhören. Also ich hoffe, da auch keine Wunden aufzureißen, in dem Sinne, dass man Konfrontationen hat. Aber ich habe versucht, oder wir haben versucht, das so darzustellen. Dann tritt wieder eigentlich aus einer Not heraus, weil jetzt hatten wir ja so eine führungslose Situation. Der leitende Apostel war weg. Und da ist der Apostel, jemals Philippus, jetzt hier nach der Abschaffung der Apostelnamen wurde, dann ein zweites Mal aktiv geworden. Also er hat sich bereit erklärt, wieder tätig zu werden. Und mit ihm wurden auch noch weitere Apostel aus dem Ruhestand wieder aktive Mitglieder der Apostelkonferenz. Dass einfach auch die Leitung wieder da war. Zu dem Zeitpunkt also gar keine Apostel mehr im Ruhestand. Apostel schon noch, aber kein Leiter in dem Moment mehr. Genau. Und da ist eben der Vorgänger sozusagen wieder aktiv geworden. Als erste Amtshandlung, sage ich jetzt mal salopp, wurden die Amtsenthebungen vom 2. Mai wieder aufgehoben. Und auch alle Änderungen, die schon so vorbereitend auf die Anpassung mit der OEC sozusagen in Angriff genommen wurden, wurden auch wieder rückgängig gemacht. Und das fällt dann in die Zeit, wo der liebe Else gerade von dem Beschluss sprach, dass der Weg mit der OEC so nicht mehr weiter verfolgt wird. Und eigentlich so ein bisschen ein denkwürdiger Satz war am 20. Februar 2007, dann also dem nächsten Kirchentag nach diesem Ereignis. Und da gibt es den einen Ausspruch, es gibt gute Gründe im Apostelamt Jesu Christi zu sein, aber der Heilige Geist wird doch in anderen Glaubensgemeinschaften. Also das war ein, nach meinem Empfinden, wichtiger Satz zur Offenheit gegenüber anderen Christen. Am 20. Februar nächsten Jahres werden Apostel Japs und Apostel Grote durch Apostel Grote berufen und Apostel Gladys wird wieder eingesetzt. Der also 2005 freiwillig sozusagen zurückgetreten ist, wird hier durch Apostel Grote wieder am 20. Februar 2008 als Apostel eingesetzt und letztendlich verstirbt Waldemar Grote am 17.04.2009. Ich habe diese Folie vorbereitet am 17.04.2032, und da habe ich seine Frau angerufen an dem Tag und mit ihr telefoniert, weil mir das Datum ins Auge gefallen ist, dass ihr Mann heute Sterbetag hat. Der letzte Zeitabschnitt, wir sind dicht am Mittag, 2009 bis 2023. Es ist jetzt organisiert, dass die Apostelkonferenz in einem rotierenden System alle drei Jahre ein Leiter der Apostelkonferenz bestimmt, der dann jeweils auch eben Leiter des Apostelamtes ist. Und hier haben wir einfach mal die Auflistung, das war also Apostel Japs, Apostel Hill aus Berlin, dann nochmal ein Zeitraum Apostel Japs, dann Apostel Gladys, und zur Zeit ist es Apostel Lukas. Und damit das euch alle vorstellen könnt, habe ich Bilder, die sind aber nicht aktuell, also seht es mir bitte nach. Da sind die vier Apostel, die also jetzt in diesem Zeitraum jeweils Leiter der Apostelkonferenz waren, bis sie uns weiß sind. Und auch Lukas, ja? Nein, der heißt, glaube ich, West, nicht abgeschafft. Besitzstandswahrung würde man es, glaube ich, nennen. Ganz vorletzte Folie, glaube ich, drittletzte. Wichtige Wegpunkte in dieser Zeit, die Vereinigungsbemühungen stehen im Vordergrund der Arbeit der Apostelkonferenz. Also das ist das ganz entscheidende Thema, wirklich das zusammenzubringen. Und vor allem, es ist ja nicht nur eine organisatorische, also von den Rechtsformen her, sondern eben auch, dass man aus Glaubenssicht auch alle Geschwister mitnimmt. Also es sind ja verschiedene Bedingungen zu betrachten. Am 20. Februar 2011 wird das Handbuch Leben und Glauben vorgestellt und gleichzeitig auch das Apostolikum wieder alleiniges Glaubensbekenntnis. Da haben wir jetzt die Parallele zu dem eigenen Glaubensbekenntnis seit 1985. Das war also bis 2011 dann wieder Apostolikum. Und dann kommt eigentlich in dieser Zeit ein ganz entscheidender Satz im Mitteilungsblatt, der aus der Apostelkonferenz berichtet. Und der betrifft eben ein ganz aktuelles Thema, wo gesagt wurde, wir glauben, ich sage es jetzt mal sinngemäß, wir glauben an die Gegenwärtigkeit des Herrn in der Gemeinde und trotzdem kann eine Wiederkunft des Herrn, wie sie in der Heiligen Schrift verzeichnet ist, nicht ausgeschlossen werden. Und das wurde sozusagen auch der Gemeinde im Mitteilungsblatt ganz offiziell 2011 bekannt gegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass die Wiederkunft bevorsteht, dass die Heilige Schrift, so wie sie besteht, eben im vollen Umfang gültig ist und keiner Deutung bedarf. Und das ist sozusagen ein, ja, das kann man trefflich missverstehen. Ich meinte keiner Umdeutung, weil ja da etwas Zukunftiges beschrieben ist. Und wenn man sagt, das ist irgendwie schon passiert, dann muss es ja in irgendeiner Weise erklärt werden. Ende 2016 ist es dann endlich geschafft, dass alle Bereiche in die Körperschaft des öffentlichen Rechts aufgegangen sind, dass also auch der Verein liquidiert ist und dass wir acht Kirchenämter, 90 Gemeinden und etwa 5.000 Geschwister haben. Die Schwerpunkte der jüngeren Entwicklung, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, sind eigentlich nach meinem Empfinden zwei. Das eine ist das Verständnis von der einen Kirche Christi in dem Verständnis eigentlich aus dem Pfingstwunder her rührend als Geburtsstunde der Kirche Christi und eben bloß gelöst von Konfessionen, sondern alle im Namen des Dreieinigen Gottes Getauften, was eigentlich wir auch im Testimonium finden. Und dass man da immer mehr mit umgeht, dass wir Teil der Kirche Christi sind und dass wir dazubehören wollen. Der zweite Schwerpunkt ist der Umgang mit der bevorstehenden Wiederkunft des Herrn im Verhältnis zu seiner Gegenwärtigkeit. Also in diesem 12-Punkte-Papier, in dem Glaubensbekenntnis, was unseren Glauben besonders vorstellen wollte, hieß es, ich glaube, dass der Leib Jesu Christi durch die Gemeinschaft der Gläubigen gebildet wird. Und das verstehen wir auch so, dass also die Gemeinschaft der Gläubigen eigentlich Christus erlebbar machen soll in dieser Zeit, dass wir als Gesandte, als Beauftragte tätig sein sollen. Was aber nicht in Eintopf geworfen werden sollte mit der Wiederkunft des Herrn, wie sie in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Eigentlich dem Wort folgen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und dann ist eben von der Wiederkunft. Das sind also die beiden Schwerpunkte, die uns durchaus heute auch in verschiedenen Kirchenämtern unterschiedlich stark bewegen, weil manches ist schon weiter fortgeschritten im Austausch, in den Gesprächen und manchmal hat man da noch ein bisschen mehr zu reden. Es war doch noch nicht die vorletzte Folie. Ganz kurz noch, was haben wir in den letzten Jahren gemacht? Wir haben uns an der Zelt-Evangelisation beispielsweise beteiligt. War in gewisser Weise Neuland auch für uns, dass wir in Eisenhüttenstadt, hier in der Nähe, an fünf, sechs Abenden Gottesdienste begleitet haben, wo eingeladen wurde in der Stadt und wo Menschen was von Christus hören können. Die Gespräche und die Kontakte zur NHK sind in den letzten Jahren auch stärker geworden, gerade eben auch hier einmal in Frankfurt, auch durch die Zusammenarbeit im Ökumenischen Rat, aber eben auch auf geschwisterlicher Ebene, auch Zusammenkunft im Männerchor, wo Brüder uns manchmal besuchen kommen und wir gemeinsam singen. Also das ist ein sehr schönes Aufeinanderzugehen. Die ökumenische Arbeit ist auch auf allen Ebenen intensiviert. Wir haben an der Frankfurter Pilgernacht vor einigen Jahren als Station teilgenommen. Das ist also eine Veranstaltung, wo die Kirchen der Stadt nacheinander besucht werden, so vier ausgewählte Standorte und wo man sich gegenseitig kennenlernt. Dann haben wir auch am ökumenischen Kreuzweg teilgenommen. Der war nicht nur ökumenisch, sondern auch noch länderübergreifend. Also der hat in der katholischen Kirche in Slubitz begonnen und dann hier geendet. Wir haben Jesusabende durchgeführt. Das ist so ein bisschen ein Arbeitstitel. Wir hatten also sieben Abende, wo wir von Jesus liebt, Jesus befreit, Jesus vergibt, Jesus kommt bald. Also sieben Abende zu Jesus gemacht haben und haben wirklich eingeladen, in der Zeitung. Wir haben über 10.000 Flyer verteilt in der Stadt und wirklich öffentlich eingeladen. Das ist also auch Neuland gewesen und ganz aktuell. Und im Ergebnis, wir haben ein Jahresprinzip. Im Ergebnis, genau, gab es den Kontakt mit Hans war, glaube ich, hier bei den Jesusabenden. Ja. Genau. Und das gipfelt jetzt im letzten Punkt Zusammenarbeit hier im Netzwerk Apostolische Geschichte, warum wir heute hier sind. Und jetzt ist es, ja, die Quellen, die sparen wir uns, jetzt ist es wirklich der letzte Satz und den will ich nicht sagen, sondern den überlasse ich der Heiligen Schrift, der letzte Satz der Heiligen Schrift mit diesen Segenswünschen. Entlasse ich uns ins Mittag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.